Hallo zusammen, Elmar Habecker, Archery & Outdoors. Und heute geht es um solche Sachen. Ja, ihr seht schon, nicht die Pfeile sind interessant, sondern, wo kommen sie rein, der Köcher. Jeder von uns hat einen Seitenköcher, einen Bogenköcher oder sonst was. Ich selbst bin viel im 3D-Parcours unterwegs gewesen, im Feldbogen. Immer ein Rucksack dabei, Fernglas über die Schulter, Köcher an der Seite. Es ist alles sehr viel und man geht von Tage zu Tage, Rucksack rauf, Rucksack runter, Pfeil aus dem Köcher, Fernglas richten. Irgendwann dachte ich mir, geht das Ganze auch komfortabler? Ja, gerade das Laufen zwischen den Zielen, es ist ja fast noch mehr Zeit, wie wir schießen selber. War dann mit Köcher und Fernglas und Rucksack irgendwo unkomfortabel, dann dachte ich mir, gut, warum nimmst du eigentlich noch einen Köcher mit, wenn du eh einen Rucksack dabei hast, wo die Pfeile hier alle in einer Röhre stecken. Hier sind jetzt nur drei als Beispiel, denn normalerweise sind es ein paar mehr, die ich mitnehme. Dann dachte ich mir, okay, probier es aus. Hardcore, Seitenköcher, weggelassen und ich dachte mir, steckt die paar Pfeile, die du im Rucksack hast, in die Outdoor-Hose, in die Tasche. Ist nicht so der wahre Sack der Zwerge. Man sieht schon, das ist, es geht, aber richtig gut fixiert ist das Ganze nicht. Nach einem Tag war ich dann überzeugt, es muss was anderes her. Seitenköcher wollte ich nicht nehmen, weil das Laufen ohne den Gürtel und den Seitenköcher, das war schon sehr, sehr angenehm. Und die zündende Idee kam mir dann irgendwann im Keller, als ich dann die Tonne gesehen habe mit den ganzen Pfeilresten. Da habe ich mir überlegt, mach was draus. Und rausgekommen sind dann diese beiden netten Dinger. Minimalkücher. Man sieht schon, es sind alte Pfeilreste, ja, auf Länge geschnitten und in dem Fall noch mit einer schicken Neoprenhülle drumrum. Gucken wir uns doch gleich direkt an, wie es das fertige Produkt aussieht, wenn wir das in die Hosentasche, unsere Outdoor-Hose stecken. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht die Handytasche erwische, weil die ist ein bisschen klein. So, zippert kurz zu. Man sieht, oder auch nicht, doch jetzt, ja. Ja, es ist wesentlich aufgeräumter. Es schlackert nicht so viel rum. Klar, die Pfeile sind natürlich fixiert. Ja, hier sieht man es. Man kommt auch gut dran. Man kann sie auch mit einiger Übung wieder leicht in den Köcher stecken. Das erleichtert das Ganze zum Beispiel beim Pfeileziehen. Ich bin am Target, ziehe meine Pfeile, wo packe ich sie hin? Dann kann ich sie in den Taschenköcher stecken und muss sie nicht ablegen, die stören mich nicht. Wenn ich dann weitergehen will, nehme ich den Köcher kurz aus der Tasche raus, setze mir hier in meinen Rucksack, fertig. Oder ich ziehe die Pfeile raus, packe die in die Pfeilröhre, funktioniert wunderbar. Ja. Gut, was brauchen wir für einen Köcher? Teuer ist das Ganze nicht. Wir brauchen alte Pfeilreste. Ich habe jetzt hier die 22er Schäfte. Dafür brauchen wir natürlich einen 27er Schaft, der passt. Für alle anderen, diese 19er oder 15er habe ich dann den 22er Schaft genommen oder Reste davon. Dann haben wir alle Durchmesser abgedeckt. Das Schöne ist, die 22er passen quasi saugend in den 27er rein. Da klappert dann nicht mehr so viel. Und ich mag es auch nicht, wenn man so mit Pfeile geklappert durch den Wald tapert. Deswegen zusätzlich dazu habe ich mir noch eine Neoprenhülle gebastelt. Die kann man dann wechseln. Ja, da ist das ganz leicht. Kann ich die von den großen Pfeilen auf die kleinen wechseln. Überhaupt kein Problem. Das Schöne ist an der Neoprenhülle, die wirkt noch ein bisschen wie ein Geräuschdämpfer und minimiert das Geklapper etwas, was, wie hört es, ja, ohne deutlich mehr ist. Was brauchen wir jetzt für die Produktion von unseres Do-It-Yourself-Köchers? Die Pfeilreste, die wir im Keller haben. Wir brauchen einen Pfeilschneider, ist von Vorteil. Milliput oder einen anderen Zwei-Komponenten-Kleber oder so etwas, macht es leichter. Isolierwand, freundliches, lebensbejahendes Schwarz. Neopren. Neopren gibt es im Online-Handel zu bestellen. Kostet wirklich nur ein paar Euro. Man braucht keine Unmengen. Ich werde dann meine Bezugsadresse im Textfeld unten verlinken. Kann man sich, wie gesagt, für ein paar Euros bestellen. Gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Ihr seht hier noch, die Gelb habe ich mir auch noch zusätzlich bestellt. Für die Verarbeitung des Neoprens kann man es entweder vernähen oder wer ein bisschen bequemer ist und schnelle Resultate haben möchte, nimmt Neopren-Kleber dazu. Den kann man direkt bei Bezug des Neoprens mitbestellen. Funktioniert sehr schnell, langlebig und ja. Wie lang soll jetzt die Röhre sein? Ich habe verschiedene Outdoor-Hosen und die haben alle so eine Taschentiefe von 20 bis 23 Zentimeter, 25 vielleicht mal. Muss also jeder selber abmessen. Ich komme aus mit, wir messen es mal nach. Ja, ich habe jetzt hier sogar nur 21 Zentimeter genommen, weil das reichte für die Hosen, die ich verwende. Und das kann aber, muss jeder selber sehen. Was brauchen wir noch? Alte Pin-Bushings, um die Pfeilschäfte unten zu verschließen, damit sie ja nicht rausfallen. Alternativ kann man das dann auch mit dem Milliput verschließen. Funktioniert auch sehr gut. Okay, abschneiden. Teilweise sind die Pfeile auf eine Länge gebrochen von, so ja, das sind ungefähr 50, 60 Zentimeter. Da kriegt man jetzt im Idealfall vielleicht drei Röhren für den Do-It-Yourself-Köcher raus. Was machen wir jetzt aber so kurze, wenn wir so kurze Stücke haben hier? Ja, diese kurzen Stücke, die können wir nicht irgendwie mit dem Pfeilschneider handeln, weil die fallen ja hinten runter, die haben keinen Widerlager. Ganz einfache Sache. Wir nehmen uns ein zweites Stück und nachdem wir unseren Pfeilschneider auf eine Länge eingestellt haben, bei mir sind das jetzt 26,5 Zoll. Lege ich den auf und mache dann an der entsprechenden Stelle ein paar Schläge mit dem Isolierband. Sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Dann kann ich den kurzen Pfeilschaft aufschieben. Der ist hier frei beweglich. Das heißt, ich lege den ganz einfach auf den Pfeilschneider auf, habe den somit verlängert und schneide das dann alles direkt in der passenden Länge zu. Das Ganze kann ich für alle weiteren kurzen Stücke verwenden, habe, da muss er nicht immer umständlich nachmessen und verschieben, den Cutter. Einfach aufstecken und schon funktioniert das Ganze super einfach, super schnell. Dann werden die Röhren fixiert, zueinander, nebeneinander gelegt und ich habe sie hier mit Isolierband umwickelt und an den Kontaktflächen nochmal mit einem Drei-Komponenten, nein, Quatsch, kein Drei-Komponenten, das waren Zwei-Komponenten-Kleber, verstärkt, dass das Ganze in sich etwas Stabilität bekommt. Man kann auch eine dünne Pappe, Kunststofffolie, ein Stück Kunststoffplatte aus dem Zuschnitt nehmen, um dem Ganzen ein bisschen Stabilität zu verleihen. Funktioniert sehr gut, sollte man aber auf jeden Fall machen, weil sonst wird das Ganze zu labberig, nur das Isolierband reicht nicht, um das Ganze stabil zu halten. Hat man keine Kunststofffolie, empfehle ich, wie gesagt, Zwei-Komponenten-Kleber oder dieses Milliput, auch das gibt es im Internet zu kaufen, für ein paar Euro. Damit kriegt man das Ganze stabil. Zum Abschluss noch die Bushings einsetzen, einkleben und damit die Pfeile nach unten nicht rausfällen, dann ist die Grundkonstruktion unseres Köchers fertig. Im Grunde genommen brauchen wir nicht mehr, das kann ich so schon in die Hose stecken, in die Hosentasche stecken und ich wäre fertig damit. Ich habe mir, um die Geräusche zu vermindern, wie gesagt, eine Neoprenhülle gebaut. Dazu einfach ein Neoprenstück zuschneiden, auf die passenden Maße zusammenlegen, Kleber platzieren und ich habe sie jetzt dann zwischen zwei Hölzer gelegt, eine Klemme draufgesetzt, ein paar Minuten gewartet, fertig. Das Ganze dann noch umstülpen, auf links ziehen, dann liegt die Naht innen. Dann haben wir das Ganze auch ein bisschen schick. Köcher reinstecken, fertig. Also ich bin mit dieser Leichtbau-Köcher-Variante, die wiegen jetzt mit Neoprenhülle, ich glaube der eine 46, der andere 50 Gramm, wobei die Neoprenhülle 16 Gramm ausmacht. Also das ist wirklich extrem leicht und funktioniert einfach nur klasse. Ich kann mich wunderbar einfach bewegen, das Laufen geht leichter, das Handling mit dem Rucksack ist einfacher. Klar, fürs Release habe ich immer noch einen leichten Gürtel um. Das sind so, kennen die meisten von euch wahrscheinlich, so ein Pouchback aus dem Kletterbereich oder es gibt es ja auch im Drogensportzubehör. Die haben einen dünnen Gürtel, der stört nicht, der passt gut unter die Jacke. Release, rein, raus, überhaupt kein Problem. Alternativ kann man es natürlich auch in die Hosentasche stecken, dann funktioniert das auch. Und das, was man nicht braucht, kommt wie gesagt in den Rucksack. Mir war jetzt halt wichtig, ein bisschen Gewicht am Gürtel zu sparen, die Pfeile trotzdem sortiert in der Tasche zu wissen und einfach mehr Komfort während des Tages beim Gehen zu haben. Das macht es doch einfacher. Wie gesagt, die Jacke ist dicht, Rucksack lässt sich einfach auf- und absetzen. Man bleibt nirgendwo mehr hängen, weil der Rucksackgurt sich in den Pfeilen verheddert. Es hat schon Vorteile. Nachteil ist natürlich, am Flock muss man sich erst ein paar Pfeile holen, in den Köcher stecken und dann geht es los. Da hat also so ein Seitenköcher, so ein Gürtelköcher einfach Vorteile. Man hat die Pfeile immer da, zieht sie raus, auflegen, schießen, fertig. Diese Zeitverzögerung kann aber auch einen kleinen Vorteil bedeuten, weil man hat ein bisschen Vorbereitungszeit, um sich auch mental auf den kommenden Schuss einzustellen. Ist nicht immer so, man rennt zum Flock, guckt, schießt, fertig, bumm. Das kann auch manchmal daneben gehen. Insofern, wenn man sich da 2-3 Sekunden mehr Zeit lassen kann, hey, warum nicht? Also es kann mit Sicherheit ein Vorteil sein. Gut, Gewichtsvorteil hatte ich angesprochen, 50 Gramm das Ganze. Im Grunde bin ich damit durch. Also wer möchte, baut sich so einen kleinen Do-it-yourself-Köcher. Kostet nicht viel. Ich war jetzt mit dem ganzen Kleber und Neopren bei, ja gut, ist Milliput noch dabei. War ich jetzt so bei 20, 25 Euro vielleicht. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch mal eine kleine Anregung geben. Probiert es aus und vielleicht habt ihr ja Spaß an diesem Kücher. Alle notwendigen Materialien stehen unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und sage dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie gesagt, man kann nehmen, was man im Keller an Werkzeug hat. Pfeilreste werden aufgebraucht. Hey, wir schmeißen es nicht weg. Umwelt. So, heute lässt mich die Technik zweimal im Stich. Akkus. Okay. Monitor-Akku, Kamera-Akku. Also, ja, Vor- und Nachteile. Vor- und Nachteile. Vorteil, ganz klar, das Handling zwischen den Targets mit dem Rucksack auf. Vor- und Nachteile. Ganz klar, das Handling mit dem Rucksack. Wir haben kein zusätzliches Gewicht auf der Hüfte. Wir, was haben wir denn noch? Ja, die Pfeile sind sortiert. Alles Blödsinn. Was hat er denn jetzt? Battery Low? Von wem? Okay, dann machen wir nochmal eine kurze Pause.